Moin zusammen und willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es um Physics Actor. Physics Actor sind einfach spezielle Actor, auf die die Physik wirkt. Was das genau für euch für Ausmaße annimmt, werden wir gleich sehen. Es ist auch nicht wirklich schwer. Ich dachte mir, das machen wir einfach so ein bisschen als Übung. Und ja, ihr könnt mal ein bisschen rumprobieren und ich hoffe, dass ihr dadurch in diese Blueprint, wo bin ich jetzt, in welchen Blueprint-Thematik noch besser reinkommt. So, wir hatten uns letztes Mal ein Projektil erstellt. Ich kann ganz kurz mal auf Play klicken. Und wenn ich hier dieses Projektil abfeuere, dann sehen wir einfach mal, dass wir hier direkt von dem Startpunkt von unserem Spieler Projektile schießen und dadurch wird ein Aufruf getriggert, der oben links Boom ausgibt. So, warum ist das für uns irgendwie interessant? Naja, wir haben diesen Trigger hier tatsächlich damit gemacht, dass wir nicht irgendwie gesagt haben, hey, wir geben einfach jedes Mal Boom aus. Ich zeige euch gerade mal noch kurz den Level Blueprint hier. Und zwar, wir haben hier den Actor gespawnt. Das hatten wir schon ein bisschen früher gemacht. Und dann hatten wir gesagt, okay, wir kommunizieren mit diesem Actor und geben in dem Actor Blueprint, also nicht in dem Level Blueprint, sondern in dem Blueprint vom Actor, führen wir hier diesen Event aus. Und der Blueprint muss eigentlich gar nichts wissen, außer, dass er hier ein Event bekommt und dass er deswegen was ausgeben soll. So, und der Level Blueprint muss nur wissen, er möchte was ausgeben und zwar, wann er was ausgeben möchte. Mehr müssen die beiden nicht wissen und das macht das Ganze recht schön unabhängig voneinander. Denn wir können diesen Trigger-Me jetzt natürlich auch aufrufen, wenn wir hier gerade die Türe irgendwie geöffnet haben oder sowas oder wenn wir das Licht angemacht haben. Und das ist ziemlich nice. Gut, jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen abwandeln. Wir wollen jetzt Physik reinbringen und zwar eine Physikkugel. Dazu brauchen wir einen neuen Blueprint. Gehen einfach mal hierher, erstellen uns einen neuen Actor Blueprint und nennen die jetzt einfach mal Physikkugel. So, die Physikkugel ist ein Lehrer-Blueprint. Das bedeutet, wir haben hier unten einfach nichts drin. Wir machen jetzt einfach mal ein neues 4 rein. Warum nehme ich kein Quadrat oder halt kein Quader oder sowas? Ist relativ langweilig, wenn wir einen Quader nehmen. Deswegen nehmen wir jetzt hier eine Kugel, weil Kugeln rollen so schön und Quader sind eher so richtig schön stabil. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben eine Kugel, eine relativ langweilige Kugel. Ich gebe dir mal noch kurz ein bisschen anderes Aussehen. Ja, steigen, sieht doch schön aus, nicht wahr? So, und jetzt gibt es hier unter Physics einfach einen wunderbaren Haken. Simulate Physics. Hier könnt ihr auch noch die Masse von dem Ding einstellen. Wenn ihr sie nicht antickt, dann berechnet es die Masse aus der Größe der Kugel. Das heißt, wenn ich die Kugel jetzt hier resize, ihr seht, die Masse wird kleiner, bis sie quasi nicht mehr existent ist. Und je größer ich die Kugel habe, desto schwerer wird die Kugel natürlich auch. Das heißt, es rechnet einfach aus, das ist eine massive Kugel und die Masse wird einfach berechnet. Ziemlich coole Sache. Ihr könnt natürlich auch einfach hier den Haken eingeben und sagen, das Ding wiegt 1000 Kilo. Aber das ist jetzt nicht unbedingt Sinn und Zweck der Übung, denn normalerweise wird es hier automatisch eigentlich recht gut berechnet. So, jetzt kann man hier natürlich noch aufklappen. Kann man eigentlich relativ häufig hier, bei Collision geht es auch übrigens. Aber das Ganze hier ist im Prinzip nicht wirklich wichtig für uns. Wir können hier noch maximale Geschwindigkeiten oder sowas angeben. Wir können noch die Masse skalieren. Das heißt, wenn wir hier skalieren, dann wird das Ding noch schwerer oder leichter. Also wir können sozusagen die Dichte noch angeben, für die die Physik hatten. Aber ich denke, das brauchen wir alles nicht unbedingt. Wir wollen eigentlich nur Physik simulieren. So, was wir jetzt hier machen wollen mit der Kugel, wir wollen auch nicht irgendwie hier irgendwas Kompliziertes mit Blueprints machen, sondern wir wollen die Kugel einfach nur fallen lassen und zwar jedes Mal, wenn wir ein Projektil spawnen. Okay, jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr wisst, in was für einem Blueprint wir gerade sind. Das ist die Kugel, das ist der Level Blueprint. Hier triggern wir den Trigger.me Custom Event von einem Projektil. Das heißt, wir switchen in diese Projektilklasse hier rein. Okay, warum ist das jetzt irgendwie wichtig? Naja, sagen wir mal, ich möchte hier von meiner Sphere, meine Sphere ziehe ich jetzt hier rein. Ihr erinnert euch, das ist eine Variable hier, die ich zur Verfügung habe und das ist ein Actor. Und ich kann jetzt mit diesem Actor machen, was ich möchte. Zum Beispiel kann ich statt diesem dämlichen, langweiligen Print String auch einfach meine Transformation berechnen. Trends, wenn ich es nicht die ganze Zeit falsch schreiben würde. Get World Transformation. Ihr erinnert euch an den Unterschied zwischen Welt und lokalem Koordinatensystem, also relativen Koordinatensystem und Weltkoordinatensystem. Und deswegen, wir nehmen das Weltkoordinatensystem. Das heißt, die Position und die Richtung in der Welt. Ja, eine Kugel hat auch eine Richtung. Sozusagen hier vorne. Aber, okay. Also, wir haben hier eine Welttransformation. So, und ihr erinnert euch, was man mit Transformationen Schönes machen kann? Richtig, man kann Sachen spawnen. Und wir spawnen jetzt einen Actor from Class. Ich weiß, das kann man auch sehr viel einfacher machen, indem wir hier einfach in den Blueprint hier gehen, in den Level Blueprint und dann einfach sagen, wir spawnen jetzt noch einen Actor an derselben Stelle. Ist aber langweilig und ihr kommt nicht so schön in die Thematik rein, die ich euch gerne unbedingt beibringen möchte. Es ist wichtig, dass ihr versteht, was wir hier tatsächlich mit den einzelnen Blueprints alles erreichen können. Das heißt, dass wir hier tatsächlich einen konkreten, eine gespawnte Kugel in der Hand haben. Ich zeige es euch gerade mal. Wenn ich hier spiele... Ja, ich weiß. Achso, ja, richtig. Ist okay. Gut, dann machen wir das nachher. Nein, wir machen es nicht nachher. Wir machen das jetzt gleich. Ich will euch das sofort zeigen. So, du kannst mich. Okay. Wenn wir hier eine Kugel spawnen, dann ist es ein eigenes Objekt, was dann entsteht in der Welt. Und jede dieser Kugeln ist tatsächlich ein eigenes Objekt. Wir können es uns auch nochmal genauer angucken. Die fliegen nämlich da auch noch hinten runter, falls ihr das sehen könnt. Da hinten fliegen sie runter. Und das heißt, die existieren noch relativ lange. Jede dieser Kugeln ist ihr eigenes Objekt. Und jetzt kann ich sagen, ich warte eine gewisse Zeit und spawne an der Stelle von der Kugel, die ich über den Level Blueprint gespawnt habe. Da in diesem Blueprint hier spawne ich jetzt automatisch eine dieser Physikkugeln, die dann einfach irgendwelche coolen physikalischen Sachen macht. Das heißt, ich wähle jetzt Spawn Actor from Class aus. Und packe mir hier die Transformation rein. Das bedeutet, wir spawnen das, was wir hier auswählen. In unserem Fall wird es die Physikkugel sein. Physikkugel. Die spawnen wir an der Stelle, wo unser Projektil gerade ist. Das heißt, wir spawnen das nicht irgendwo, sondern, oder auch nicht an dem Start, an dem Player spawnen, sondern wir spawnen da, wo unser Projektil gerade ist. Das muss man natürlich nicht so machen. Aber ich dachte mir, das ist einfach, das illustriert nochmal schön, was jetzt der Unterschied zwischen den Klassen ist. So, jetzt schauen wir uns das Ganze erstmal schön an. Ich habe es gespeichert. Das hier muss ich noch speichern. Okay. Und jetzt spielen wir das Ganze einfach mal ganz kurz. Was wir hier jetzt haben, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Wir spawnen ein Projektil und dann spawnen wir eine normale Kugel. Und ihr habt es gesehen, die Kugeln fliegen einfach komplett weg, weil ich hier natürlich gleichzeitig auch noch meine Kugel abschieße. Und so kann ich jetzt richtig schöne Physikkugeln hier, also quasi eine wunderschöne Simulation, wie diese Kugeln nach unten fallen. Und ich kann sie abschießen. Das ist schon mal cool. Ich kann mit Projektilen automatisch irgendwelche Kugeln abschießen. Ihr seht sogar, die Türe geht leicht nach innen. Ups, Alter. Die Türe geht leicht nach innen und nach außen. Also, sie möchten nach außen aufgehen, aber sie geht gleichzeitig ein bisschen nach innen. Okay. Jetzt, warum habe ich das so kompliziert gemacht? Genau. Ich zeige euch noch ganz kurz, was Delays sind. Wir gehen hier nochmal rein und dann sagen wir hier, okay, den Link, den brauchen wir gerade gar nicht. Mit Alt könnt ihr übrigens diese Links aufbrechen. Wir fügen hier ein Delay ein. So, und Delays sind ziemlich coole Sachen, weil wir jetzt natürlich auch sagen können, wir spawnen random noch ein bisschen was. Random. So, random. Was brauchen wir denn hier eigentlich? Brauchen wir ein Float, nicht wahr? Ja, wir brauchen ein Float. Okay, also Random Float. Random Float in Range. So, das liefert uns eine Zufallszahl. Wir wollen jetzt zwischen 0 und 5 Sekunden wollen wir alles haben. Zufällig hier rein. Und wenn dieses Delay fertig ist, das heißt, es wartet einfach so lange, bis dieser Delay hier abgelaufen ist, was für eine Zahl hier tatsächlich reingesteckt wird, wissen wir nicht. Wir machen einfach eine zufällige Zahl zwischen 0 Sekunden und 5 Sekunden machen wir hier rein. Das heißt, wir warten so lange, zufällig eben. Und wenn wir so lange gewartet haben, dann spawnen wir die Kugel. Cool. Okay. Jetzt speichern wir das Ganze mal und schauen uns das Ganze als Simulation an. So, wenn ich jetzt hier klicke, dann sehen wir, die Kugel ist, wo ist die Kugel gespawnt? Okay. Und wo ist die Kugel denn gespawnt? Da ist die Kugel gespawnt. Das heißt, es ist wirklich zufällig. Okay, die hat jetzt ein bisschen länger gebraucht. Ich spawne einfach mal ein paar. Und wir sehen, ein paar kommen ganz am Anfang, ein paar kommen erst später. Und sie kommen nicht irgendwo raus oder nicht am Player Start raus, sondern sie kommen, hier ist übrigens auch eine innen drin gelandet. Wow. Spannend. Sondern sie kommen genau an der Stelle raus, wo unsere Kugel, also wo unser Projektil sich gerade befindet, wo die weiße Kugel ist. Da spawnt die andere Kugel dann. Und warum ist das so? Weil wir gesagt haben, wir spawnen an der Stelle, wo das Projektil ist. Das heißt, wir spawnen nicht irgendwie am Player Start, sondern wir nehmen einfach unser Projektil hier und sagen, wir wollen genau das spawnen. Eigentlich natürlich völlig unnötig, aber ich wollte euch einfach mal kurz ein paar andere Sachen noch zeigen, nämlich Delay, was es mit dieser Klasse hier auf sich hat oder mit dem Blueprint hier auf sich hat, was es mit Random auf sich hat. Und ich dachte mir, das ist vielleicht eine super Übung, um euch einfach mal noch ein bisschen näher in die Thematik einzuführen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Physik ist, wie gesagt, einfach nur ein Haken setzen, aber es kommen trotzdem coole Sachen raus und Projektile können dann wunderbar treffen. Und das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.